Badadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad abroad 선생IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIREApp Und hallo grund herzlich willkommen zu Such n'SCHLÜSSEL C movimiento und mean the key to... ein Wimmelbild-Spiel, das ich mir einfach schnell hier rausgepickt habe wird das wahrscheinlich kleinere Parts Techniken, weil Einer soll noch heute... ...online gehen ... für die Leute die unter euch quengeln Das sind ja anscheinend nicht so viele Leute, aber ja, ich würde gerne mit 1 anfangen. Du Schlüssel. Also das Spiel spiele ich übrigens blind. Warte. Kann ich hier raus? Was ist denn so? F-Schlüssel? Oder soll ich hier die Tasten... Ah ja, Tatsache. M-H-P-Q-N-D-O-C. Da ist er doch. Also ich habe keine Ahnung von dem Spiel, wer weiß, vielleicht kriege ich das auch in einem Part durch. Werden wir dann sehen. Wenn das so einfach bleibt, dann wahrscheinlich ja. Und das ist so eine Art Snake. Ich werde jetzt anklicken. Aber er kann anscheinend immer nur im Kreis. So, wunderbar. Ich muss da jetzt wieder Zahlen drücken. K-E-Y. 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 N Bulgarisch. Ach ... Mia ... Amy ... Niam ... The ... Key Tür. Boah, seid ihr mies. Gibt mir den Schlüssel. Bin ich ja froh, dass ich so ein Blitz in der Acker bin. Ähm. So. Komm schon, fall da durch. Alter, wie mies, das wird ja immer schneller. Und der fällt da nicht durch, das muss man pixelgenau anhalten. Alter, wasser. Hallo? Oh, ihr seid ja einen ganz witzigen. Geh weg. Daraus sagt er, ich soll mir jedes Mal merken, welcher Ball neu dazu gekommen ist. War jetzt aber nicht so schwer. Ja. Ops, na. Verzeihung, da bin ich vorsichtig auf das Mausrad gekommen. Richte Maustaste geht auch nicht. Äh. Was soll denn der Scheiß? Fuhu. Okay, also ich dachte erst, ich müsste auf der Tastatur tippen, aber ich darf anscheinend die Maus nicht bewegen. Auf dem Schlüssel. Ja, haha. Nein! Das war's auch nicht schwer.